Wie kann ich mich eigentlich auf einer Messe clever verhalten bzw. was kann ich cleveres tun, um meine neuen Kontakte einfach und gut zu verwalten? Oder andersrum, was kann ich mit neuen Kontakten eigentlich clever machen? Ich würde mal eine kleine Strategie mit an die Hand geben und das ist egal, in welchem Segment du unterwegs bist, als Fotograf, als Grafiker, als Hochzeitsfotograf, Reading Planner, Coach oder was auch immer. Es ist eigentlich vollkommen egal. Das, was ich dir mit einer Hand geben möchte, sind Strategien, die du durchführen kannst oder die du umsetzen kannst, um dir das im Nachgang leichter zu machen und um einfach dran zu bleiben. Also, lass uns mal darüber sprechen. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du meine Eigenschaften hast. Mich würde zunächst einmal interessieren, wer von euch geht auf Messen? Wer geht auf Messen? Wie verhaltet ihr euch auf Messen? Und wie sorgt ihr dafür, dass andere an eure Kontaktdaten kommen? Und wie pflegst du letzten Endes die neuen Kontakte relativ einfach in dein System oder was auch immer du nutzt? Das würde mich mal interessieren. Drück mal am besten kurz Pause und schreib mir das mal unten in die Kommentare. Weil das ist, wie ich finde, immer ein sehr interessanter Punkt, wie man damit umgehen kann. Also gerade, wenn ich auf Veranstaltungen bin, jetzt Messe, ist mir egal, machen wir mal Messe. Es kann aber auch ein Vortrag, ein Seminar oder was auch immer sein, wo du als Experte auftrittst oder wo du die Möglichkeit hast, zu netzwerken. Dass sich unfassbar viele Leute einfach das Leben so unnötig schwer machen und gar nicht versuchen, alternativ zu denken, sage ich jetzt mal. Okay? Also, was will ich dir damit sagen? Also, Visitenkarten zu haben, ist alles schön und gut. Gut, ja, es gibt einige Segmente, einige Positionen, wo das durchaus Sinn macht. Wo ich sagen würde, ja, die legen sehr viel Wert auf Visitenkarten, aber nicht auf den Inhalt der Kontaktdaten da. Das ist für viele einfach mühsam, die Kontaktdaten dann irgendwie da abzutippen, zu gucken ans Telefonbuch und so weiter. Wenn es einfach nur eine Visitenkarte ist, so eine plumpe, einfache Visitenkarte. Ich würde das nur dann machen, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, zum Beispiel, hey, keine Ahnung, bist du irgendwie auf einen sehr prominenten Geburtstag eingeladen. Dann würde ich das machen, da wo nicht viele Kontakte ausgetauscht werden. Wenn ich jetzt auf einer Messe bin, wo ich das Ziel habe, beispielsweise sehr viele Kontakte zu knüpfen, und das ist Punkt Nummer 1, setz dir ein Ziel für diese Veranstaltung. Was ist dein Ziel? Willst du was verkaufen? Wenn du verkaufen darfst, achte immer darauf, wie sind Messen letzten Endes aufgelegt. Also, darfst du da verkaufen, wenn du jetzt Aussteller bist, wenn du jetzt als Besucher reingehst, kannst du natürlich insgeheim machen, was du willst, um es mal so zu sagen, vorsichtig. Aber die Frage ist dann letzten Endes immer, was ist dein Ziel? Also, lass uns das doch mal kurz aufschreiben. Was ist dein Ziel von deinem Besuch? Und nach diesem Ziel solltest du auch deine Strategie letzten Endes ein bisschen aufbauen. Ich möchte dir jetzt einfach mal eine Möglichkeit geben, die du umsetzen kannst, wenn du beispielsweise einfach nur Netzwerken möchtest, Menschen kennenlernen. Du könntest natürlich sagen, hey, ich gebe einfach mein LinkedIn-Profil raus. Ist das professionell? Leitet das die Leute genau dahin, zu dem, was du tust? Je nachdem, wie gut dein Profil gepflegt ist. Genauso für Instagram oder dergleichen. Viel cleverer als doch Folgendes. Sagen wir mal, wir sind auf einer Hochzeitsmesse. Wo potenzielle Kunden da sind, die sich informieren wollen, oder Agenturen, denen du präsentieren möchtest. Dann würde ich folgendes tun, vorneweg. Also, Ziel ist Netzwerken. Netzwerken. Ja, das ist unser Ziel. Jetzt könnte man hergehen und könnte sagen, okay, ich habe auf der Messe, also wir sind auf einer Wedding-Messe. Hier habe ich unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliches Publikum. Ich habe Aussteller, das heißt, ich habe beispielsweise Agenturen vor Ort. Ich habe also Fotoagenturen, Styling-Agenturen, Make-Up, also Haare, Make-Up, Visagisten-Agenturen und so weiter und so weiter. Also viele verschiedene Bereiche. Ich habe aber auch Kunden da, die vielleicht bald heiraten wollen oder Wedding-Planner oder Fotografen. Also je nachdem, was du machst. Es gibt ja unterschiedliche Aspekte. Das kannst du jetzt für dich aber auch auf jede andere Art der Messe vielleicht mal adaptieren, also auf jedes andere Thema. Das heißt, ich habe beispielsweise Zielgruppe 1 mit Thema A, sagen wir jetzt mal Fotografen oder sagen wir mal Agentur für Fotografen. Und dann habe ich Zielgruppe 2. Ich beschränke mich jetzt einfach mal auf 2. Und Zielgruppe 2 sind zum Beispiel Kunden, potenzielle Kunden. Das könnten jetzt, ich weiß nicht, Brautpaare oder so sein, die sich, ich sage jetzt mal vorsichtig, dahin verlaufen haben und gucken wollen, was es da so gibt. Okay? Angenommen, das wären jetzt 2 potenzielle Zielgruppen. Dann ist mein primäres Ziel Netzwerken. Und jetzt habe ich verstanden, ah okay, ich habe 2 Zielgruppen. Agenturen und Endverbraucher. Also würde ich auch diesen Strang gehen. Also ich habe einmal Agenturen und einmal Endverbraucher. Was würde ich jetzt tun? Naja, passt auf. Ich würde, also ich persönlich, würde mal überlegen, Folgendes zu tun. Ich würde eine Landingpage aufbauen. Kurz gesagt, ich würde 2 Landingpages aufbauen. Eine für potenzielle Kunden, also Endverbraucher und eine für Agenturen. Die der Agentur, also die Landingpage für die Agenturen, die zeigt alles, was für Agenturen wichtig ist. Also Portfolio. Referenzen. Vielleicht, was dein Zeitkontingent ist. Was dein Honorar ist. Was du aufrufst. Es zeigt, was über dich. Achtung, was darauf einzeigt, was für Agenturen wichtig ist. Es macht einen Unterschied, ob ich etwas über mich erzähle, was für Agenturen ist. Oder ob ich etwas über mich erzähle, was für potenzielle Kunden ist. Also das heißt, die Informationsflut ist eine andere. Und das musst du auch unbedingt mit berücksichtigen. Das heißt, Zielgruppe für Landingpage der Agenturen, beziehungsweise Landingpage für Agenturen, ist der Inhalt auf die Agentur ausgelegt. Alles das, was für Agenturen auf den ersten Blick wichtig ist. Damit sie halt näher in Kontakt kommen. Zum Beispiel auch Kontaktdaten. Social Media Verlinkung. Auf der zweiten Seite, also die zweite Landingpage, für potenzielle Kunden. Na, was wollen denn potenzielle Kunden sehen? Potenzielle Kunden wollen zum Beispiel Preis pro Shooting sehen. Preis für Hochzeit. Als Beispiel. Oder Kontaktdaten. Die Frage ist, ob du den Preis sowieso auf der Webseite, also auf der Landingpage ausschreiben solltest. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich würde eher Nein sagen. Ich würde ganz, ganz, ganz viel Nutzen kommunizieren. Was habe ich als Brautpaar davon, zu dir zu kommen? Dass du meine Hochzeit fotografierst? Also ganz viel Nutzen konvertieren. Also kommunizieren, dass die Kunden über Interesse dann zu dir konvertieren und den Kontakt aufnehmen. Und dann über den Preis sprechen. Das macht das ein bisschen variabler. Weil wenn der Preis nämlich direkt da steht, hast du wenig Handlungsspielraum. Also wirst du generell schon mal abgelehnt. Und kannst gar nicht in den Einwand gehen. Und kannst sagen, hey, aber dafür das und das. Oder die Menschen sagen dann, nee, das ist mir vielleicht auch zu günstig. Auch das kann durchaus sein, dass sie sagen, nee, also so günstig möchte ich jetzt keinen Fotografen haben. Da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Also Preise gegebenenfalls. Kontaktdaten. Dann Portfolio. Ganz wichtig. Dann, wenn du möchtest, auch Social Media und so weiter. Das heißt, die Inhalte für die Landingpage sind auch anders. Also gehen wir den Strang weiter. Das ist das, was du vor der Veranstaltung machst. Und jetzt kommt der Clou. Passt auf. Ich würde folgendes machen. Also letzten Endes gibt es ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Wenn du sagst, du möchtest Visitenkarten verteilen. Dann habe zwei verschiedene Visitenkarten. Okay, die eine Visitenkarte für Agenturen und die andere für potenzielle Kunden. Warum? Das hier, beides, muss bitte zu 100% mobile optimiert sein. Wenn du unterwegs bist auf einer Veranstaltung, dann wirst du mit den meisten Menschen über Handy Kontakt haben. Die werden das Handy zücken, deine Kontaktdaten einspeichern. Die werden deine Webseite besuchen, wenn du hochgradig interessant für sie bist. Und die wenigsten schleppen dort einen Rechner mit. Also optimiere deine Webseite, deine Landingpage zu 100% für mobile. Das muss einfach perfekt sitzen. Und dann würde ich Folgendes machen. Ich würde, wie gesagt, beispielsweise, wenn du jetzt Wert darauf legst, Visitenkarten produzieren mit QR-Code. Wo führt dieser QR-Code hin? Naja, ganz einfach. Auf die entsprechenden Landingpages. Achtung, wir haben zwei Visitenkarten. Eine in der linken Hosentasche, eine in der rechten. Einmal für Kunden und einmal für Agenturen. Je nachdem, wer mir gegenübersteht, kriegt die richtige Karte. Okay? Und somit leitest du die Leute auf die richtige Seite. So, das wäre Variante Nummer 1. Variante Nummer 2 wäre, Ich baue die so auf, dass ich über diesen QR-Code zwar auf die Landingpage komme, aber der Landingpage vorgeschalten ist ein Pop-Up, wo du letzten Endes mit den Leuten Kontaktdaten austauschst. Das heißt, angenommen, wir haben jetzt hier unsere Landingpage und die scannen diesen QR-Code. Oder gehen auf die Seite. Dann ploppt hier als erstes, ich mache mal das so, zack, das steht hier alles im Hintergrund, und dann ploppt ein Pop-Up auf, wo einfach ein Kontaktformular drin ist. Und zwar, stell dir so vor, du möchtest oder du unterhältst dich mit jemandem und ihr tauscht Nummern aus. So, dann ist es ja manchmal sehr mühsam, gerade wenn es laut ist oder wie auch immer. Wir geben unser Handy oftmals dann in die andere Hand und die Person schreibt dann ihre Daten dort rein. Was aber machen kannst ist, Visitenkarte aussendigen, die scannen das und dann ploppt das Pop-Up auf mit einem sehr freundlichen Hinweis, hey, schön, dass wir in Kontakt treten, lass uns doch gerne mal Daten austauschen, dass wir miteinander sprechen können und so weiter. Ganz unverbindlich. So wie so eine Freundschaft, so, hey, cool, dich kennengelernt zu haben, lass doch mal bitte deine Nummer da an, dass wir einfach mal sprechen können. Und dann ist dieses Pop-Up, also diese, Entschuldigung, diese Landingpage, bitte verknüpft mit deinem CRM-System. Haha, und jetzt wird es interessant. Je nachdem, wer dieses Formular ausgefüllt hat, Agentur oder potenzieller Kunde, landen die in deinem CRM-System mit einem entsprechenden beispielsweise Tag. Potenzieller Kunde oder Agentur oder was auch immer. Und dann würde ich mir selber einen Automatismus einrichten, der mir eine Wiedervorlage erstellt. Also, im Prinzip ein Reminder, hey, kontaktieren, kontaktieren, kontaktieren. Was hat das für einen Vorteil? Na ja, pass auf, wenn du beispielsweise 100 Kontakte knüpfst und alle 100 tragen ihre Daten dort ein, dann hast du alle 100 schön fein säuberlich in deinem System drin. Und zwar mit Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder was auch immer. Je nachdem, was du abfragst. Und du hast das alles im System und kannst mit den Menschen dann kommunizieren und kannst mit ihnen interagieren. Und du musst dann nicht noch hingehen und sagen, hey, ich schreibe mir jetzt irgendwie mal kurz die Telefonnummer oder die Kontaktdaten ab. Nein, mach es doch einfacher. Die Menschen kommen auf die Seite, die sehen sofort, was du machst. Ist das spannend für mich? Lasse ich meine Daten da, trete ich in Kontakt mit dir, ich rufe dich an, ich gehe auf deine Social Media Plattform. Die Landingpage ist der Startpunkt von allem. Hinterfrage doch selber mal, was hast du für einen Namen auf den Social Media Plattformen? Wenn ich dann zu dir komme und sage, ja, Rick Maschke Photography High-End Retouching, wenn das mein Name ist, dann bist du bei Social Media am tippen und tippen und tippen. Nein, mach es den Leuten einfacher. QR-Code scannen, komm auf deine Seite und von dort aus kommen sie überall hin, wo sie hin sollen, nur für dieses Segment. Keine Verwirrung stiften. Bei einer Hochzeits-Landingpage komme ich dann bitte nicht auf deine Hundeschuting-Seite. Das ist total irrelevant. Interessiert sich keine Agentur dafür. Das sorgt eher dafür, dass Vertrauen wieder abgebaut wird. Okay. Das wollte ich mit dir mal teilen. Also das wäre zum Beispiel eine clevere Strategie, wie du zum Netzwerken auf so eine Veranstaltung gehen kannst, was aber sehr professionell wirkt. Ja, also Visitenkarte, die schön gemacht ist, einfach rausgeben und die können ja inhaltlich alle gleich sein. Da können deine Kontaktdaten ja auch draufstehen für diejenigen, die das halt abschreiben wollen. Okay. Oder die das scannen und dann automatisch wird das erkannt. Okay. Aber mit einem QR-Code dann auf deine Seite zu verweisen, das ist professionell. Und diese zwei QR-Codes, die unterscheiden sich halt auf den Visitenkarten, die eigentlich gleich aussehen. Ja. Du kannst auch nur einen Schritt weiter gehen. Du kannst auch, also ich meine, es gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten. Es gibt Visitenkarten mit NFC-Möglichkeiten, dass du dann letzten Endes dein Handy nimmst und dann hältst du die Visitenkarte davor oder dahinter und dann wird das gescannt. Du bist jetzt natürlich abhängig davon, ob dein Handy diese Möglichkeit schon unterstützt oder nicht. Heutzutage, ja, ja, aber die Möglichkeit gibt es auch. Und dann kannst du halt einfach sagen, hey, hier, hast du meine Visitenkarte? scannen einfach und dann bin ich automatisch in deinem Kontaktbuch und zusätzlich macht sich vielleicht einfach die Webseite auf und du kannst dich informieren darüber, was los ist. Du kannst aber auch sagen, pass auf, ich habe eine einzige Visitenkarte gedruckt. Warum nur eine? eine meiner wichtigsten Firmengüte sind, so nachhaltig wie möglich aufzutreten. Jetzt mal unabhängig davon, wie du jetzt zu dieser Veranstaltung gekommen bist, das ist was anderes, aber ich verzichte darauf, unnötig Visitenkarten zu drucken, die in den meisten Fans sowieso im Müll landen. Deswegen habe ich mir eine gedruckt mit einem Scan-Code, entweder NFC oder QR-Code und den packst du einfach auf die Rückseite von deinem Handy oder lässt dir einfach eine Handyhülle drucken mit oder anfertigen mit genau diesen Codes und zu der Veranstaltung nimmst du einfach genau diese Handyhülle dran und dann sollen die halt einfach das hier abscannen. Das ist eine Positionierung, wo du ganz klar sagst, hey, mir ist Nachhaltigkeit wichtig, ich verteile nicht einfach Visitenkarten, das macht keinen Sinn, das macht man heute nicht mehr, schmeißen die eh alle weg, ist irgendwie unnötig, sondern ich habe eine einzige produziert, tritt mit mir in Kontakt, scan das einfach kurz. Was ist dein Vorteil daran? Haha, naja, du siehst halt Lifetime, dass sie mit dir in Interaktion gehen. Visitenkarten nehmen, hey, und dann laufen sie weg und du musst irgendwie hoffen oder hinterherlaufen und sagen, hey, die haben echt auf meine Webseite geklickt, haben sich das durchgelesen oder es ist halt einfach in die Tasche gewandert. Im schlimmsten Fall einfach ein Papierkorb. Wenn du aber so einen Code hast, dann siehst du ganz genau, dass die scannen und die gehen jetzt auf deine Seite. Und dann machst du es vielleicht clever, hast irgendwie so einen coolen, entspannten Einstiegsspruch, wo du dann einfach dafür sorgst, dass sie ein paar Minuten länger vor dir stehen bleiben und dann scrollen die halt auf deine Seite rum und du interagierst mit denen. Small Talk, austauschen, ins Gespräch kommen. Das ist clever. Du begleitest im Prinzip die Handlung. So ein wichtiges Element im Verkauf. Begleite bis zum Verkauf, bis sie das machen, was du möchtest. Das ist ein wichtiges Element. Aber das kannst du so genauso nutzen. Also, das wollte ich dir einfach mal als Inspiration mitgeben. Vielleicht kannst du damit ja was anfangen. Vielleicht kannst du es für dich ja nutzen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit, und wenn du mal Unterstützung brauchst. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link, da kannst du dich gerne eintragen zu einem 1x1 Gespräch mit mir und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze auch auf dich adaptieren können. Also, wie deine Situation ist und wie wir für dich mal eine clevere Strategie aufbauen können, wie du in deinem Segment als Kreativer zu Kunden kommst. Online. Lass es mich wissen, lass uns miteinander reden und dann wünsche ich dir einen fantastischen Tag und freue mich, wenn wir im nächsten Video uns wiedersehen. Mach's gut.